Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema Pflichten des Mieters und die Pflichten des einen sind die Rechte des anderen, zumindest in dem konkreten Fall. Denn der Vermieter hat einen Anspruch darauf, dass der Mieter auch die entsprechenden Pflichten einhält und umsetzt. Schauen wir uns die erste Pflicht an, das ist die Zahlungspflicht. Die ist natürlich selbstverständlich oder sollte selbstverständlich sein. Im Mietvertrag ist es vereinbart, die Mietzahlung erfolgt in der Regel zum dritten Bankwerktag, sofern jetzt nichts anderes vereinbart ist und Samstag, Sonntag zählen dementsprechend nicht dazu. Das Ganze ist eine Schickschuld, das heißt der Mieter muss bis zum dritten Bankwerktag das Geld auf den Weg gebracht haben. Der Begriff Miete meint auch die Betriebskosten und andere Nebenkosten, die vereinbart worden sind und umfasst somit alles außer Betriebskostennachzahlungen gegebenenfalls. Sollte nichts vereinbart worden im Mietvertrag bezüglich der Miethöhe, dann gilt die ortsübliche Vergleichsmiete. Andernfalls ist eine Überschreitung der ortsüblichen Vergleichsmiete um bis zu 20 Prozent erlaubt, sofern es sich nicht um ein Gebiet handelt, in dem die Mietpreisbremse gilt. Kommen wir zur zweiten Pflicht, der Obhutspflicht. Gehen wir zuerst in den Bereich Pflege. Da geht es darum, dass einfach die Mietsache pfleglich behandelt wird vom Mieter. Zum Beispiel gehört dazu auch das Lüften, insbesondere bei Wäschetrocknung in der Wohnung, aber auch die Ausstattung schon zu benutzen, also Armaturen, Türgriffe und sowas eben. Zur Gefahrenabwehr dann gehören unter anderem, dass Fenster geschlossen werden bei Sturm, dass Leitungen, die gefrieren können im Winter zum Beispiel, da das Wasser rausgelassen wird, also vor allem im Außenbereich natürlich ist das notwendig und dass die Waschmaschine auch überwacht wird. Das heißt, man muss jetzt nicht 24-7 daneben stehen, aber man sollte ein Auge darauf haben, dass die nicht zu lange jetzt einfach rumsteht und Wasser aufgedreht ist, vielleicht über Wochen, wenn man im Urlaub ist. Das muss nicht sein, da kann man vorbeugend ja auch agieren. Außerdem ist es natürlich hilfreich, wenn man bei längerer Abwesenheit zum Beispiel einer Urlaubsreise einen Schlüssel an jemanden geben kann, dem man vertraut, also irgendwelchen Nachbarn eventuell oder auch Verwandten, damit im Notfall dieser auch dann die Tür öffnen kann, zum Beispiel wenn ein Wasserscharen ist oder ähnliches. Andernfalls müsste der Schlüsseldienst anrücken, das ist dann mit unnötigen Kosten verbunden und in der Regel auch nicht so schön, wenn vorher nicht jemand mal nach dem Rechten gesehen hat. Außerdem muss die Bausubstanz geschützt werden, eine konkrete Heizpflicht besteht nicht. Allerdings kann man sich selbst denken, was passiert, wenn man nicht heizt in der Winterperiode. Im Regelfall leidet die Bausubstanz und es kommt zu Schimmel beispielsweise, aber vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Haus, das ohne Heizwärme auskommt. Definitiv nicht erlaubt ist ein unangemessener Gebrauch der Wohnung. Das kann zum Beispiel sein, wenn man das Ganze, während man im Urlaub ist, bei Airbnb anbietet und eine gewerbliche Nutzung nicht vorgesehen ist im Mietvertrag oder eine Untervermietung nicht erlaubt ist. Es gilt natürlich die Hausordnung zu befolgen und Schönheitsreparaturen gemäß Mietvertrag durchzuführen, sofern diese rechtsgültig vereinbart wurden, denn gerade bei den Schönheitsreparaturen gab es in den letzten Jahren viel Bewegung, was erlaubt ist, was nicht in den Mietverträgen, das muss man sich im Einzelnen anschauen. Gehen wir rüber zur Anzeigepflicht und damit ist nicht gemeint, dass man Strafanzeige stellt, sondern gewisse Dinge einfach dem Vermieter anzeigen sollte, damit dieser auch reagieren kann und seiner Pflicht im Prinzip nachkommen kann. Dazu gehört es, Mängel an der Mietsache dem Vermieter weiterzugeben, zum Beispiel bei Schäden an der Heizungsanlage, aber auch Maßnahmen zum Schutz der Mietsache an den Vermieter heranzutragen. Das kann zum Beispiel sein, wenn eine Dachpfanne offensichtlich beschädigt ist und kurz vorm Runterfallen ist. Das ist wichtig, dass man das dann auch weitergibt an den Vermieter, damit er entsprechend agieren kann oder auch, wenn jemand anders sich anmaßt, im Prinzip die Mietsache in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel wenn jemand anderes auf ihrem Parkplatz dauerhaft parkt auf einmal oder wenn jemand Schwermüll abstellt, der gar nicht zum Grundstück dazugehört. Bei der Schadensersatzpflicht dreht es sich genau um solche Fälle wie eben angesprochen, die man auch in der Regel hätte anzeigen können beim Vermieter, damit er diese behebt. Und zwar zum Beispiel diese lose Dachpfanne fällt jetzt jemandem auf den Dez und der hat sich dadurch verletzt. Dann hat natürlich der Vermieter eine Verkehrssicherungspflicht auf dem Grundstück, aber sie haben beispielsweise den Schaden nicht gemeldet, dem Vermieter. Dann kann der Vermieter den Schadensanspruch ihnen gegenüber geltend machen. Zur Rückgabepflicht gehört natürlich die ordnungsgemäße Rückgabe im vertragsgemäßen Zustand an den Vermieter und damit verbunden auch die Schlüsselrückgabe. In der Regel erfolgt die Rückgabe in den Morgenstunden des Folgetages nach Mietvertragsende. Sollte das ein Sonnen- oder Feiertag sein, ist das nicht möglich, dann wird eben der nachfolgende Tag gewählt. Individuelle Vereinbarungen sind natürlich auch möglich, wann man die Wohnung zurückgibt. Bei den Duldungspflichten gibt es einiges zu beachten. Bei den Erhaltungsmaßnahmen muss das Betreten des Handwerkers oder Vermieters rechtzeitig angekündigt werden. Was rechtzeitig bedeutet, lässt der Gesetzgeber ganz gerne offen, wie immer. Und deswegen muss man da individuell schauen. In der Regel eine Woche oder zwei Wochen vorher. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen. Bei unerheblichen Beeinträchtigungen, zum Beispiel wenn der Handwerker nur eine Lampe im Treppenhaus wechselt, das muss natürlich nicht angekündigt werden. Das wäre ja komplett schwachsinnig. Da würde der Vermieter ja auch eher die Mieter aufregen, wenn er jetzt wegen jeder Kleinigkeit im Prinzip anruft oder einen Brief schickt. Und ebenso, ganz wichtig, auch bei der Schadensabwehr oder Gefahrenabwehr. Kann der Vermieter oder Handwerker eventuell ohne Ankündigung die Wohnung betreten, wenn jetzt wirklich die Tragfähigkeit droht massiv zu sinken, wenn in einer oben liegenden Wohnung ein Wasserschaden auftritt und das Wasser langsam in der unteren Wohnung sichtbar wird an der Decke. Genau. Und Aufwendungen, die der Mieter denn tätigen muss aufgrund einer Erhaltungsmaßnahme, muss der Vermieter ersetzen. Eine solche Aufwendung kann zum Beispiel sein, wenn der Mieter sich einen neuen Stellplatz mieten muss, weil die Asphaltdecke auf dem Parkplatz ausgetauscht wird. Auch bei Modernisierung gibt es Schuldungspflichten. Die Ankündigungsfrist und der Ankündigungsinhalt ist im BGB geregelt. Die Ankündigungsfrist beträgt hierbei drei Monate, sofern es auch als Modernisierung ausgelegt ist, diese Maßnahme und nicht zum Erhaltungsaufwand gehört. Auch hier muss der Vermieter die Aufwendung des Mieters ersetzen und ein Widerspruch ist nur möglich bei besonderer Härte. Das ist allerdings Abwägungssache. Es ist möglich, ist aber kein Muss, denn hier wird abgewogen zwischen dem berechtigten Interesse des Vermieters an einer beispielsweise energetischen Maßnahme und der besonderen Härte, die zum Beispiel sein kann, dass ein Mieter extrem alt ist und diese Durchführung der Maßnahme nicht zum Gesundheitszustand beitragen würde oder eine Frau hochschwanger ist und diese Modernisierung auch hier nicht positive Auswirkungen haben würde in der Phase der Schwangerschaft. Es gibt eine Vielzahl an Besichtigungsgründen für den Vermieter. Zum einen kann das im Rahmen von Prüfung, Reparatur oder Wartung erforderlich sein oder auch eine Besichtigung für den Verkauf oder zur Vermietung. Ebenso ist eine Vorbereitung für Instandsetzung oder Modernisierung denkbar sowie bei konkretem Verdacht auf Schäden oder vertragswidriger Nutzung besteht ebenso ein Anspruch auf Besichtigung der Wohnung. Zum Beispiel hat der Vermieter bei Airbnb die Wohnung entdeckt, die sie da inseriert haben, dann kommt das Ganze nicht ganz so gut. Vor allem wenn das jetzt über Monate läuft, ist das Ganze natürlich auch gewerblich noch zusätzlich und könnte einigen Ärger auch bringen beim Finanzamt, wenn das nicht angemeldet wurde. Fotos natürlich nur nach Einverständnis, das ist selbstverständlich, denke ich. Und diese Besichtigungstermine sollten zu ortsüblichen Zeiten erfolgen, also muss da eine gute Abstimmung getroffen werden, je nachdem wann die Arbeitszeiten der jeweiligen Beteiligten sind. Bei dem Ganzen gibt es zwei Szenarien, die denkbar sind und vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich. Zum einen kann der Mieter natürlich der Meinung sein, dass er den Zutritt nicht gewähren möchte einfach, denn könnte der Vermieter sich den Zutritt erklagen oder durch eine einstweilige Verfügung erwirken und das Ganze könnte eventuell auch innerhalb von wenigen Tagen erfolgen. Also wäre das für den Mieter nicht ganz so schlau, der Schachzug. Natürlich muss der Vermieter das Ganze begründen, warum er Zutritt braucht, aber es ist schon schleierhaft, warum jetzt ein Mieter den Zutritt dauerhaft verweigern sollte, ohne Gründe. Das wirkt natürlich ein bisschen sass. Und Szenario zwei ist, dass der Vermieter einfach ohne Erlaubnis die Wohnung betritt. Das kann zum Beispiel durch einen Nachschlüssel erfolgen oder im Mietvertrag wurde festgelegt, dass der Vermieter einen Schlüssel für sich behält. Allerdings würde der Vermieter ohne Einverständnis die Wohnung betreten, stellt das Hausfriedensbruch dar und ist somit auch eine Straftat, die dementsprechend geahndet werden kann. Zu dem ganzen Thema habe ich nochmal zwei Urteile rausgesucht und ja, ihr habt wie immer vier Sekunden Zeit, um zu erraten, ob es erlaubt oder nicht ist, wenn der Timer losgeht. Das erste Urteil geht um eine fristlose Kündigung, nachdem der Mieter den Zutritt verweigert hat bei einer Instandsetzung oder Modernisierung. Glaubt ihr, das Ganze ist erlaubt oder nicht? Fristlose Kündigung ist ja schon ein relativ rabiates Mittel, aber der Vermieter hat natürlich auch in der Regel einen Anspruch auf Zutritt in die Wohnung. Ist das Ganze verhältnismäßig, was denkt ihr? Der BGH hat entschieden, das Ganze ist erlaubt, die fristlose Kündigung und auch eine ordentliche Kündigung. Der Mieter muss den Zutritt gewähren oder zumindest sehr gute Gründe haben, warum er eben nicht Zutritt gewährt. Beim zweiten Urteil sollt ihr entscheiden, ob der Kläger oder Angeklagte recht hat. Bei diesem Prozess ging es um Tierhaltung und zwar war diese auch erlaubt. Also ein erlaubter Labrador im Prinzip hat Kratzspuren auf dem Parkett hinterlassen. Wer muss dann den ganzen Schaden zahlen? Ist das der Kläger, also der Vermieter oder der Angeklagte, der Mieter? Ist auch sehr spannend die Frage, denn für die übliche Abnutzung muss ja der Vermieter aufkommen für ungewöhnliche Dinge. Der Mieter sagen wir mal und ein Hund ist jetzt ja im allgemeinen Fall nicht so unüblich. Das Landgericht Koblenz hat entschieden, der Mieter muss dafür aufkommen und zwar, weil er gewisse Maßnahmen hätte ergreifen können, um den Schaden zu minimieren. Beispielsweise gibt es Hundesocken oder er hätte gewisse Räume sperren können für den Hund, sodass der Hund sich nur in Bereichen aufhalten kann, wo er nicht Schaden verursacht durch seine Pfoten. Das war es soweit zu den Pflichten des Mieters. Natürlich gibt es nochmal ein Video zu den Pflichten des Vermieters. Da sieht man dann nochmal, was man für Rechte eigentlich als Mieter hat dementsprechend und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen in einem anderen Video. Bis dahin, ciao, ciao.